Der Schermbeck-Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Am Montagabend, den 10. April, kam es auf der B58 in Schermbeck zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Mann befuhr aus Richtung Schermbeck kommend in Fahrtrichtung Wesel mit seinem Pkw die Weseler Straße. Zwischen den Ortsteilen Bricht und Damm überholte er einen vorausfahrenden Lkw. Dabei übersah er eine entgegenkommende Frau aus Hünxe mit ihrem Pkw samt Pferdeanhänger. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch der Pkw des 82-Jährigen vor den Lkw geschoben und von diesem mitgeschleift wurde. Der 82-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Frau verletzte sich ebenfalls schwer. Sie war im Fahrzeug eingeklemmt, musste daraus befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Deutsche Wirtschaft hat das neueste Standortranking veröffentlicht. Sechs Kreiskommunen haben Rankingplätze im Kreis Wesel gut gemacht. Die Gemeinde Schermbeck konnte ihr Ranking um 184 Plätze verbessern. Das neue Netzwerkbuch von Ralf-Peter Bose ist frisch aus der Druckpresse und lädt im Gemeindehaus zum Stöbern ein. Jetzt wurde es offiziell vorgestellt. Auf 81 Seiten hat der Autor die Geschichte des Netzwerks zwischen 2010 und 2022 zusammengefasst. Sechs Monate Arbeit hat der 70-Jährige in die Zusammenstellung der großen und kleinen Geschichten investiert. Der Revenack hat jetzt einen Herr Anton. Der Ladenschluss ist für die rund 14.000 Einwohner von Hünxe ab sofort kein Thema mehr. Ein reichhaltiges Angebot von regional erzeugten Lebensmitteln, darunter frische Eier, frisches Gemüse und frisches Fleisch, sowie Softdrinks, regionales Bier, regionaler Honig und auch Wein und Snacks sind ab sofort an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr bei Herr Anton an der Dienstlakenner Straße, Ecke Dorfstraße, erhältlich. Am Sonntag, den 16. April, findet das Traditionspokalschießen des ehemaligen Amtes Schermbeck statt. Ab 9 Uhr auf der Schießanlage des Schützenvereins Drevenack, der auch der diesjährige Ausrichter der Veranstaltung ist. Im Rahmen des Drevenacker Schützenfestes am 15. Mai werden die Ehrungen stattfinden. Wie schütze ich mich vor Betrug? Zu diesem Thema lädt der Seniorenbeirat gemeinsam mit der Volksbank Schermbeck zu einer öffentlichen Veranstaltung am 27. April um 17 Uhr im Sitzungszimmer der Volksbank Hauptstelle Mittelstraße ein. Der Schermbeck-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck.